Oh mein Gott, ich bin wieder da! Ja Leute, ich weiß ab den ganzen letzten Monat nichts mehr von mir gehört, aber ich bin wieder da und werde wieder täglich Videos hochladen. Und der Grund, warum ich den letzten Monat nichts von mir hochgeladen habe, war erst, dass ich wirklich von morgens bis abends nur noch zu Hausbar geguckt habe. Das war echt übel, da war ich richtig süchtig danach und hatte dann halt irgendwie keine Zeit, was hochzuladen. Und naja, das war da ein bisschen doof. Also da hatte ich halt auch Ferien und so, das war glaube ich vor drei, vier Wochen. Und naja, okay, eigentlich war das dann mehr eher von abends bis morgens, aber das ist ja dann auch egal, in den Ferien darf man sowas ja machen. Aber danach, wo dann die Ferien vorbei sind, waren, und dann wollte ich halt wieder was aufnehmen, aber irgendwie hatte ich dann keine Lust, weil, weiß ich nicht. Und ich hatte auch irgendwie komplett aufgehört, Let's Plays zu gucken, weil ich irgendwie nur noch Star Wars Pack geguckt habe. Und deswegen, ich habe nichts hochgeladen, ich habe nichts mehr geguckt. Jedes Let's Play, was ich seit, keine Ahnung, über einem Jahr gucke, habe ich auf einmal aufgehört. Das war also echt komisch. Aber ist ja auch egal, das ist ja gar nicht das Thema. Ich wollte ja nur sagen, warum ich den letzten Monat nichts von mir hochgeladen habe. Ähm, wo war ich denn jetzt? Ach verdammt. Achso, ja genau. Und dann hatte ich halt keine Lust mehr, wo die Ferien vorbei waren. Und dann, ja, dachte ich mir, mach, nehme ich nächsten Tagen mal was auf. Und dann, Bäm, Erkältung. Konnte ich nichts aufnehmen. Und dann hatte ich auf einmal Lust bekommen. Dann nach ein paar Tagen, Erkältung weg. Und die Lust war auch wieder weg. Dann, ja, wieder nichts hochgeladen. Und ich wurde auch immer wieder gefragt, ja, wann kommt denn wieder was Neues? Oder hast du aufgehört oder so? Und nein, das habe ich dann auch geschrieben. Ich habe nicht aufgehört. Ich habe jetzt gerade nur so eine kleine Pause. Oder ich nehme bald wieder was auf. Und für die möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich entschuldigen. Weil ich habe denen gesagt, ja, die nächsten Tage kommt wieder was. Ich nehme gleich was auf. Und lade es morgen hoch. Und hatte dann doch keine Lust. Das war jetzt auch schon vor ein paar Wochen. Und, ja, das tut mir echt leid, dass ich euch da ja schon angelogen habe. Und ich hoffe, ihr könnt mir das doch verzeihen. Aber ich mache jetzt halt dann wieder täglich Videos. Und, ja, ich nehme da jetzt gleich auch noch so bei Nive of Isaac auf. Lade es dann gleich hoch. Und, ja, das war es jetzt, glaube ich, auch schon mit dem Video. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Und, ja, ich nehme da jetzt so bei Nive of Isaac auf. Wie gesagt, tut mir leid an alle, die danach gefragt haben, wann Videos kommen. Und ich gesagt habe, ja, bald, bald. Und dann kamen doch keine. Tut mir echt leid. Aber jetzt kamen wirklich welche. Und ich nehme jetzt das auf. Lade das dann hoch. Und, ja, keine Ahnung. In nur 1-2 Stunden oder so kommt dann neuer Part. Weil das aufnimmt. Dauert ja auch schon über eine Stunde. Und bei so einem Nive of Isaac kommt rein und stirbt sofort. Aber mir passiert sowas ja nicht. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video oder Part. Beziehungsweise hören uns beim nächsten Video oder Part. Und ich würde sagen, wir sehen uns oder hören uns dann da, Leute. Und ich würde sagen, bis dann und tschüss.